Leer ist die Kreisstadt des Landkreises Leer in Niedersachsen und daher eine selbständige Gemeinde. Mit über 35.000 Einwohnern ist sie nach Emden und Aurich die drittgrößte Stadt Ostfrieslands. Durch ihren Seehafen ist die an der Ems und Leda gelegene Stadt seit Jahrhunderten vom Handel und der Seefahrt geprägt. Sie ist einer der größten deutschen Reedereistandorte. Leer gilt zudem als die wichtigste Einkaufsstadt Ostfrieslands und als Mittelzentrum. Wir gehen gerne dort shoppen. Sie bezeichnet sich als Tor Ostfrieslands und liegt an Kreuzungspunkten der Verkehrsträger Straßschiene und Fluss. Die Altstadt gilt wegen des guten Erhaltungszustandes ihrer historischen Häuser als die wertvollste in unserer Region. Vier Burgen, zahlreiche Bürgerhäuser und Kirchen aus mehreren Jahrhunderten sind in der Stadt heimisch. Leer ist Sitz des Landeskirchenamtes der evangelisch reformierten Kirche, des Kommandos Schnelle Einsatzkräfte Sanitätsdienst der Bundeswehr und Unternehmenssitz der Bünding-Gruppe T, sage ich ja in der Nuhe. Durch die Hochschule Emden-Leer ist Leer seit dem Jahr 2000 Hochschulstadt. Weitere öffentliche Dienstleister haben in der Stadt ihren Sitz oder eine Niederlassung. Im späten 14. und frühen 15. Jahrhundert war Leer durch den Häuptling Foko Ukena ein politisches Zentrum von Ostfriesland. Zur Stadt erhoben wurde Leer aber erst 1823. Zuvor galt der Ort als Marktflecken, hat aber schon lange vor der Verleihung des Stadtrechtes städtische Züge angenommen. Wahrscheinlich lässt sich der Name der Stadt Leer von dem urgermanischen Wort Hler, das ist Weideplatz, ableiten. Die Einwohner werden in Standarddeutsch und auf Plattdeutsch Leraner genannt. Das dazugehörige Adjektiv lautet ebenso. In Leer gibt es das Heimatmuseum, das T-Museum der Pündchengruppe natürlich, das Haus Samsom und viele weitere Museen und Theater. Dann die Stadtbibliothek ist im Hermann-Tempelhaus in der historischen Altstadt untergebracht und hat einen Bestand von 52.000 Medien. Zu den bekanntesten Kirchen der Stadt zählen die Lutherkirche und die Große Kirche. Also ihr seht, auch ein paar Kirchen gibt es da. Leer ist bekannt für seine historische Altstadt, die als neiseste in Ostfriesland gilt. Das vom Aachener Architekten Karl Henritschi entworfene Rathaus, dessen Stil sich an der niederländischen Renaissance anlädt, stammt aus dem Jahr 1894. Eine Vielzahl von Wohn- und Geschäftshäusern in den Innenstädten in den Klazismus und Historismus zugeordnet. In Leer befindet sich auch mehrere Parks, darunter der Schlosspark, der Evenburg und der Philipsburger Park. In jedem Jahr findet im Herbst seit 1508 bestehende Gallimarkt statt, einer der größten Jahrmärkte in Nordwestdeutschland, mit dem angeschlossenen Galfi-Markt. In den ungeraden Jahren findet die Veranstaltung Leer Maritim ein internationaler Tourenskipper-Treffen statt. Auch dort gibt es kulinarisch viel zu bieten. Denn Leer ist der Firmensitz von Bünding, eines der drei Städte Ostfriesland, in denen Unternehmen ansässig sind, die in den echten Ostfriesen herstellen dürfen. Und in Leer gibt es mehr als 40 Sportvereine mit über 11.000 Mitgliedern. Die Stadt Leer ist durch ihren Seehafen seit Jahrhunderten vom Handel geprägt. Traditionell waren jedoch nur wenige Reedereien in der Stadt ansässig. Dies änderte sich, als Mitte des 1980er Jahre Absolventen der Seefahrtschule den Einstieg ins Reedereigeschäft wagten. Gute Idee. Weitere Unternehmensgründungen folgten, sodass bis zum Jahr 2007 16 Reederei-Betrieben entstanden. Fast alle Reeder und viele ihrer leitenden Angestellte sind Absolventen des Instituts für Seefahrt und der angegliederten Fachschule für Seefahrt, das damit maßgeblich Anteil an dieser Entwicklung hat und hatte. Der Hafen der Stadt Leer ist ein kommunaler See- und Binnenhafen, der von den Stadtwerken Leer, einem Tochtunternehmen der Stadt, betrieben wird. Er besteht aus zwei Hafenbecken, dem Handelshafen und dem Industriehafen. Für den Umschlag wird vorrangig der Industriehafen selber genutzt. Umschlag werden Güter wie Biodiesel, Pflanzenöle, Getreide, Futtermittel, Dünger, Steine und Erden sowie Eisen und Stahl. Aber das Flair des Maritimen kann dadurch auch dem Besucher zu einst werden. Ihr seht also, die Stadt Leer ist eine absolute Reise wert, egal was ihr dort machen wollt. Ihr könnt euch auch einfach nur durchfuttern bei den ganzen leckeren Futtergeschäften. Ihr könnt durch die malerischen Gassen stolzieren. Oder ihr geht an die Pier und schaut euch dort das lustige Treiben an. Denn Leer ist eine pulsierende und schöne Kreisstadt des Landkreises Leers in Niedersachsen. Wundervolles Ambiente für jedermann. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zunzun!